Ich muss hier noch die Kleinen reden. Vielleicht fahrrad sofort. Das sammle ich. Hier, fahrrad fit. Also etwa, da sind die drei. Komm mal, komm mal gucken. Ich zeig mir den Fisch, aber der geht nicht auf. So, ihr habt keine Lust. Hier, die Fisch. Von der Tange, der geht nicht auf. Die Läge, Läge, Läge. Die Läge, Läge, Läge. Hier, 20, bis 100, bis hier. Ja, wo ist die, wo ist die? Wie ist die Fisch? Ja, das ist die Fisch. Ja, das ist die Fisch. Ja, das ist die Fisch. Ah, das sind drei Kalbinien. Die sind ganz schwank, ich dachte. Das sind kleine Uräne, die 10 Mal größer als die Uräne. Wenn sie in der Nähe sind, sind sie bestimmt 10, 50 Mal größer als die Uräne. Das kann den ganzen Oktopus schnappen und weg.